Was hab ich jetzt geöffnet gehabt in der letzten Folge? Und wir sind jetzt im Maulwurf-Tunnel. Ach, ähm, muss ich mich irgendwo heulen? Äh, das kann... Ja, kann ich eigentlich selber machen hier. So. Bi-pa-da-bi-da-boom. Bi-pa-da-bi-da-boom. Äh... Da ist ein Weg, da ist ein Weg wegen. Glubscher! Äh, zack. Ob ich dem Ding nicht vertraue... Nein, einfach Geron nicht mehr. Ins Auge rein! Boah. Küsschen, Küsschen für dich. Nicht verwirrt. In dein scheiß Auge rein! Tod. Hat er irgendwas dabei gehabt? Aber warum war der denn alleine? Egal, wie war der gerade aus? Wir haben null Karten, aber ich lauf einfach irgendwo lang. Boah, hopp, 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 hopp. Okay, der ist eigentlich unwichtig. Normalerweise sind die am wichtigsten. Die in der Mitte. Ne, die Anfangsdinger. Hm, aber wir machen erstmal... Vielleicht kriegen wir einen Zauber noch hin. Ja. Äh, machen wir mal. Ah. Ja. Also, flink das Ding. Hier schelft auch. Top. Hm. Machen wir mal so. So, Jessica, greif du mal den an. Und Angelo, greif du mal auch mit den an. Eine Abwehrstellung. Armer Junge. Der eine ist wieder wach geworden, ne? Ah, jetzt konzentriert sich der kleine Pisser da. Dann machen wir mal so. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Äh, knack. Und vielleicht kriegen wir den mit Angelo down. Der ist schon mal weg. Knack. Aua. Okay, konzentriert der Maulwurst schon mal weg. Okay, die sind noch nicht ganz down, aber die sollten ihn jetzt so langsam auch down kriegen. Hier Küsschen für dich. Und vielleicht auf den noch. Erinnert mich an Smogon aus Pokémon irgendwie. Na komm, Steinangriffe. Ein Kleinstein Smogon. Weiß ich doch nicht. Okay. Rechtsank. Äh. Okay, pf du mal mit dem Kreis herum. Und ich geh einfach mal hier weiter. Boah, immer so viele. Boah, kann ich einmal fliehen? Nein, ich wusste es. Ah. Aua. Dass die mal angreifen. Und zwei davon meinen guten Kämpfern auf dem Boden. Das ist natürlich nicht geil. Machen wir erstmal gehen. Okay, schon mal zwei sind schon mal down gekriegt worden. Nicht Jessica. Wow. Das ist ein Wunder, dass die wirklich Schaden machen. Mach mal hier drauf. Gengis da drauf. Obwohl, warte mal. Ach du mal erst den platt. Kann Gengis sich um den kümmern. Dann mach mal gehen hier drauf. Und den da drauf. Gar nicht schlecht gehandelt. Ah, jetzt darf man so langsam down kriegen. Okay, der lebt noch. Ah, wacht auf. Aber nicht mehr lange. Zum Not müssen wir Jessica irgendwas geben, dass sie wieder putzmunter wird. Ne, Kusenschen hat nicht viel gemacht. Das heißt, wir machen einen normalen Schlag. Ah, ne, warte mal. Jessica kann Knack machen. Knack. Dann machen wir noch einen normalen Angriff drauf. Na, Knack zieht irgendwie bei den Dingern was. Kost, glaube ich auch so ein bisschen viel Mana, ne? Da. Ich denke, ich mach den. Warte mal. Rückzug. Wir machen den. Den. Fünf, ja, das ist das Problem. Ah, nein. Jessica Knack. Ja, lassen wir. Hä? Doch. Da. Ja, weil der Fall immer da unten drauf zeigt, aber das hat von der Anzeige her schon so, so. Felsbombe macht jetzt kein Mist. Aua. Tschüss. Noch schnellen Angriff. Da zerbrach er wie eine Felsbombe. Jengis Level 21. Dann machen wir alle drei hier drauf. Ebener Sensenmann. Ebener Sensenmann. Ebener Sensenmann. Ebener Sensenmann. Das würde mich woanders hinführen. Warum bin ich schon wieder draußen? Oh. Willi. Das kann ich bestimmt nicht in die... Ne. Ebener Sensenmann. Ebener Sensenmann. Ebener Sensenmann. Ah. Funktioniert super. Ich wollte erstmal schlafen. Ebener Sensenmann. Ebener Sensenmann. da auch nicht sehen ganz relevant ist das nicht hier hatte ich gekaufen könnte das weit noch mal versuchen zur not trainiere ich halt in den hüllen jetzt gehen wir noch wieder durch durchdacht hier warte mal ich habe keine karte davon aber was mir einfällt wenn das jeden durchführt und da oben ist eigentlich ein tor kann ich dann nicht da irgendwie da hinten raus oder so weil das ist ja vorne vielleicht irgendwie durch dass ich durch schloss durchkomme das ist natürlich blöd ich dachte jetzt ist so ein gang nach hinten raus in so einen garten den wir jetzt hätte öffnen können ja das ist hinterm berg geil deswegen ist das so blöd naja dann müssen wir halt hier wieder zurück weil die spielentwickler das nicht bedacht haben was du auf sondern gehen wir einfach runter die litte 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 müssen wir den jetzt noch mal machen wir mal aus